Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim. Heute einmal ohne Darko. Und ja, ähm, das wollen wir heute ausprobieren und wir müssen natürlich noch vom Knochenmanns, den wir in der letzten Folge besiegt haben, den Schädel wegbringen. So, ähm, ich werde jetzt erstmal wirklich den Schädel wegschaffen, denn ich möchte mir mal die neue Fähigkeit angucken. Und dann wäre mal die Wünscheroute mal verwenden, denn wir wollen ja neue Erze finden und was wollen wir noch machen? Neue Waffen, Rüstung, alles neu, obwohl wir gerade erst Eisen bekommen haben. Okay, ich kann die Kraft noch nicht einsetzen. Wow. Was willst du? Hau ab! Was willst du? Hau ab! Immer wieder schön mit anzusehen, wie die Dinger wegfliegen hier. Immer wieder schön. Und, äh, wir müssten auf dem richtigen Weg sein. Jo. Was willst du? Kusch. Ha, ha, ha. Ich liebe das, wie die Tiere wegfliegen, ey. Hei, hei, hei. Äh, da, 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 da. Äh, war das schon dort oben? Tatsache. Ging ja zügig hier. Hau ab! Schild noch, ey. Ach stimmt, ach, ich muss das wieder umbelegen hier. Eins und zwei ist ja Schild und, äh, Streitkolben. War ja noch vom Knochenwandskampf so. Hm. So, wo ist denn der Fette? Da ist er. Äh, äh, Tata, Gegenstand anbringen. Jo, aktivieren. Und das sieht einfach nur hässlich aus, das Gesicht. So, oh, als nächstes kommt das Schneegebiet rein mit dem Eisdrachen. Oh, da freue ich mich schon drauf. So, Wünsche-Rute. Ich hoffe, die verbraucht sich nicht. Hat die eine Haltbarkeit? Nö. Du spürst versteckte Objekte. Okay. Und wie geht das jetzt? Ja. Hallo? Ich würde gern und so. Ähm. Ja. Äh. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ich glaube, wir haben noch kein neues Portal gesetzt gehabt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ah, wie funktioniert das jetzt mit der Wünschel-Rute? Wird mir da irgendwas angezeigt? Äh, hier. Karotten-Eintopf. Wünschel-Rute. Find ein Schatz. Wünschel-Rute. Ja. Okay, wenn es bei uns hier keine Schätze gibt, ist verständlich. Oh, ich müsste mal wieder ein paar Bäume setzen. Oh, nö. Wie geht das jetzt mit der Wünschel-Rute? Das ist eine gute Frage. Das ist eine... Alles klar. Da können wir wieder Essen machen. Okay, verbunden ist das Portal noch. Aber wer... Wo? Ich glaube, in der Nähe von Knochenwanz müsste das sein. Doch, genau. Auf der Krypta. Genau. Hier auf der Krypta. Ähm. Was? 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 Alles klar. Wer mich hier versucht abzuschießen, ist es Todes. Ähm. In die Richtung müssen wir. Ich würde gerne gucken wegen der Wünschel-Rute. Ähm. Och, ne. Ein Haus. Da ist ein Skelett und so eine anderen Viecher. Haben wir nicht unsere Boote noch hier stehen irgendwo? Weil eigentlich schon. Wir sind ja mit den Booten hergekommen und dann durchs Portal zurück. Oh. Und jetzt? Hier irgendwo muss was sein. Oh. Okay, interessant. Nein. Ich habe kein Gegengift dabei. Scheiße. Oh. 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 Findet ernsthaft Ärzte für uns. Geil. Ähm. Jetzt ist die Frage. Wir hatten die Boote hier. Aber wo? Oh. Oh. Okay. Okay. Dann weiß ich jetzt, wie die funktioniert. Dann ist das alles unter Tage, was wir in Ärzten finden. Schön, schön. Ähm. Ne. Komm raus hier. Hä? Hä? Bin ich gerade so bedeppert? Oder haben die die Boote schon geschrottet? Das wäre ja was. Ah. Ich sehe, äh. Ich sehe sie. Ich sehe die Boote. Nice, nice. Lass mich durch, du Bursch. Randa, kurz zurücksetzen, bitte. Und es wird dunkel. Geil. Immer dann, wenn ich los will. Komm, wir haben günstigen Wind. Das heißt, wir können jetzt im Schneegebiet oder auf der Ebene ordentlich was finden. Da ist Ebene, da fahren wir jetzt mal hin. Oh, wenn der Sturm nicht so wäre. Herr Steinchen, ich habe dich gerade gesehen. So. Einmal rüber hier. Ja. Ja. Ach, ne. Ozean. Nein. Ach, da sind wir ja schon. Ah, da pümmelt was rum. Ungern. Das ist mir auch gerade etwas zu dunkel hier. Ja. Da hinten kommt Dunkelwald. Sehr schön. Halt mal bei dem an. Ich muss jetzt nur auf die Kack-Moskitos aufpassen. Nicht, dass die mich hier irgendwie, äh... No, ihr wisst Bescheid. Kaputt machen. Ah, da ist ein Berserker. Haha. Und ein Schamane. Wow. Ich wollte auch hier nur anlegen. Ach, Mann. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ich wollte doch nur anlegen. Machen wir es hier am Stein. Ja, irgendwie. Haha. Ja. So. Drehen. Ja. Ja. Zurückfahren Er steht Schön Ähm, ich muss mir das mal ganz kurz markieren So Na dann Was? Oh, hi Skelett Alter Ejo, jetzt mal das hier aktivieren Komm, du darfst mich mal hauen Alles klar Lebensenergie ist gar nicht abgesunken Geil Äh, komm, alles nehmen Scheiß drauf Hi Lol, okay Die machen also jetzt durch die Fähigkeit kaum noch Schaden Cool Ach komm, eh mal noch so Ähm, Dunkelwald Woah Horn Und Oh oh Okay. Okay. Dann machen wir das halt so. Alter, die sind ja immer noch zu stark. Der ist mir immer noch ein bisschen zu stark. Ab in den Arsch. Oh. Papier. Nein, 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 nein. Nicht so mit mir, ja. Scheiße, meine Ausdauer ist im Arsch. Ganz kurz. Essen. Oh, war vorbei. Oh, das kriegt man hin. Das kriegt man hin, das Vieh umzuhauen. Aber ja, ne. Dann will ich mir ein bisschen was Gutes haben dafür. Joachim. Ja. 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 Was habe ich? Sex ist die Axt Ach, Weltspeicher, ja Komm Komm zu Papa, komm Gleich hab ich dich Und da bist du down Loksfleisch Okay Steine brauchen wir nicht Loks, Pelz, Läuferloks Mehr gibt's nicht Ist aber jetzt ein bisschen lame, oder? Das ist gerade ein bisschen lame, muss ich mal sagen Hm Alter, wie hier die Items rumliegen Gut, wir haben unseren ersten Loks umgehauen Und es werden definitiv noch weitere Folgen Ähm, wir wissen jetzt auch, wie wir die Wünschelroute einsetzen Und wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben da Lasst Kommentare da Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video Bis dann, bleibt entspannt Genieß den Tag Und bye, bye Rockstar dance until I drop My life is as hard if my home is the club My stage is the dance Your party never stops